Ja, zum Glück hat das nicht viel miteinander zu tun. Was ist denn? Warum so Akku? Ey, ich sehe nichts. Oh Gott, ist hier ein Hoch- und Runtergewanderer? Könnte möglich sein. Irgendwoher müssten die ja kommen, ne? Oh Gott. Darikra! Oh. Oh Gott. Du, was machen wir denn jetzt hier oben? Boah, ich seh nix. Nicht zackfütschen. Hey, 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 hey. Ich hab keine Ahnung, was der gerade kommt. Er scheint da überhaupt zu rollen, ne? Ich hab keine Ahnung, was er von mir will. Da hinten ist was zu essen. Hier kommen wir nicht durch. So, hier sind wir angekommen. Hier sollten wir nicht runterfallen. Haben wir schon einmal gemacht. Oh. Oh, was zu essen. Und, gehen wir auch wieder? Jawohl. Wo will er denn jetzt hin? Ich soll aufsteigen. So würde ich das jetzt interpretieren, oder? Ich steck mal auf. Oh. So, los. Zeig, was du kannst. Lass ihn raus, den Tee. Oh. Oh. Ja. 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 Oh, warte mal. Jetzt sehe ich es da oben. Nee, doch. Da oben kann ich raus. Das habe ich gar nicht für voll genommen. Ja, bitte. Okay. Okay. Oh. Ah. 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 Ruhig, ruhig, ruhig. Warte mal. Ah ne, okay. Ich dachte schon. Hier kommen wir auch durch. Wow. Umso sehr. Wahrscheinlich muss ich hier rein, ne? Richtungssprung. Loslassen. Okay. So, sehr gut. Oh, zieh. Oh, wie ist es, was ist mir da? Es ist, glaube ich, gut, oder? Oh, kam es. Oh, ist doch einfach mal. Äh, nicht mich greifen. Ich bin nix zu messen. Oh. Jetzt. Hey. Toll machst du das. Tja, und nun bin ich allein. Essen. Mal hier. Sehr schön. Und dann wollen wir mal hier wieder Laser-Power. Ey. Hat der mich ganz geschubst? Oh. 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 Oh, wir sind hier oben. Wenn das glüht, darf ich da nicht ran, oder was heißt das? Oh, rot. Oh. Oh, rot. 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 ich weiß nicht was ich hier klettern soll ich muss wahrscheinlich nach unten genau was hat hatte ich hier nicht irgendwo ein hebel gesehen da oben da brauche ich aber Trikot für der kommt hier nicht runter ach so warte mal geht nicht Was hat er denn? Wie komme ich da hinten hoch? Hier kann ich runterfallen. Reinklettern kann ich nicht. Naja, aber was ist hier das Problem gerade? Er hat Angst. Oder was auch immer. Aber vor was? Vor dem Käfig? Dann ist er eine Schütze. Dann können wir das Problem handeln. So, wir kommen auch hier nicht mehr wieder hoch, ne? Also, wir sind hier drin gefangen, mehr oder weniger. Das heißt, Ausgang gibt's hier nicht. Was ist hier? Warte mal. Aber dafür gab's keinen Hinweis. Ich bin grad ein bisschen überfragt. Kann man hier nochmal irgendwas anderes sehen, ne? Klettern ist nicht. Gut, also ich bin jetzt in der Sackgasse. Ich komme nicht raus und ich weiß aktuell nicht, was das spüren möchte von mir. Also, ich bin jetzt in der Sackgasse. dem hinteren Gitter ein Loch. Entweder das. Ich guck mal hier. Da ist kein Loch und da ist kein Loch. Wir gucken uns mal alle Sachen hier an. Kein Loch. Kein Loch. Mehr haben wir hier nicht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Oder das hier. Wir können auf alle Fälle nicht mehr zurückklettern. Tja. Was tun? Guck mal jetzt. Also ich dachte gerade, sie sind wieder blau. Aber nee. Er guckt direkt hier runter. Was? Was jetzt? Aber weil ich nie rufen habe oder was? Was denn? Ach so, ich muss rennen. Oh! Oh! Um, um, um. Ah! wieso keine leckerlis gegen da war noch gar keine oder kann da jetzt gerade welche ich glaube das war aber beabsichtigt oder dass wir sterben hier also zumindest so tun als ob ja auch tei etanakyan abu imagak arti etu a hinno loku innoze agatikouma a a Okay, wo ist der Spiegel hin? Hm. Der Luther schläft. Können wir durch ihn irgendwo hochklettern? Nee, ne? Können theoretisch den Schwanz lang klettern. Mal gucken, ob da was bringt. Das sieht so auffällig aus. Das ist doch mal unter der Brücke durch. Den Fußboden von der Brücke. Oh. Oh. Okay, ich glaube, die sind nicht gut. Da ging es lang. Ja, da geht es auch lang. Okay, Menschen fressen aber eben halt nur, weil er dazu befehligt wird, ne, durch eine Maschine oder so, wer auch immer das tut. Nee, der hatte zu dem Zeitpunkt gar keine andere Möglichkeit. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Bin ich hier safe? Nein, bin ich nicht. Nein, nein, das spricht ja gut. Oh, du schützt. Oh, du schützt. Oh, du schützt. Sorry, Sarah! Komm her! Komm her! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das rechte Horn wächst, kann es sein? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ich glaube ja, die wachsen Kommt der hier durch? Das ist zu kurz. Du komm durch da! Ja, wahrscheinlich nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier... Hier geht's nicht weiter. War das sogar Intention? Ach du Gott! Ja, die Idee ist ja richtig, aber hey, hier geht's weiter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR